Ich hab den Frenkel gleich. Freunde, ich hab ihn gleich. Ach, gar nix. Es geht geradeaus, da kann gar nix schief gehen bei mir. Es geht geradeaus, das kann sogar ich. Ah, du Arsch! Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. The Crew, der See Fast and Fury Simulator. Hi, und herzlich willkommen zu einer kleinen Session The Crew mit dem Kavalierpiraten Hallo. Und dem Harald Frenkel. Tag, ihr Nasenbären. Wir penetrieren hier gerade schon mal die Hupe. Jetzt geht es hier richtig rund. Wir machen jetzt hier Detroit unsicher. Wir fahren einfach mal nur rum und versuchen irgendwie eine Geschichte zu starten. Auf gut Deutsch, wir haben keinen Plan, aber wir sind an der Tankstelle wie die Berufsjugendlichen und geben ein bisschen an. Ja, wir haben uns gerade Zigaretten gekauft und Alkohol. Wurden aber nicht nach dem Ausweis gefragt. Genau. Ich sowieso nicht. Warum machen wir eigentlich auf der Kreuzung jetzt hier Party? Weil wir geil sind. Wir haben es einfach drauf. Hier, Donut, Baby. Wir haben überhaupt keinen Plan, wie das Spiel funktioniert. Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, ich habe in den ersten vier Folgen nicht aufgenommen, habe gar nicht geschnallt, dass das einen Online-Modus hat. Ich auch nicht. Sehr schön. Die Leute, die hier rumgefahren sind, ich dachte hier, das wäre, weiß ich nicht, irgendwelche Computer, aber die hatten so komische Namen und jetzt, ja, ja, gut. Jetzt sind wir alle schlauer. Genau. Gut. So, dann würde ich vorschlagen, habt ihr hier auch so eine goldene Line? Äh, in der Naus. Was für eine Line? Eine goldene. Eine goldene Line. Schön den Honig durch die Nase. Doch, da ist er. Oben, in der Luft. Ja, dann fahren wir doch der einfach mal nach, würde ich sagen. Los geht's. Ich bin erster, ich bin erster. Ich bin der erster. Ich bin erster. Oh, Ampel. Shit. Also, ich habe aus irgendeinem Grund überhaupt keine Line hier. Ja, fahr uns einfach nach. Ja, genau. Du weißt ja, wo wir dann. Du kannst ja vielleicht fast travel machen einfach. Alter, jetzt labert die Zoe hier. Oder ne, das ist ja langweilig, fast travel. Versuche einfach, uns hinterher zu fahren. Ich versuche, uns zu folgen. Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine. Oh, fuck, zu früh. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, scheiße, außer Kontrolle. Da hinten. Karren durch die Luft. Ich, ich falle halt nicht. Also, für meine Zuschauer vielleicht mal kurz. Ah! Ja, wollte ich auch gerade sagen. Kavalierpirat taucht hier als Kavalierpirat auf und Gäst ist... Gäst minus T107YTTZ, das bin ich. Das ist mein Privat-Spitzname. Der TNENDO, der TNENDO. So sieht es aus. Hier endet das. So, Crew-Koop, los geht's. Geil. Das ist geil, oder? Das ist gut. But you have not unlocked this mission. Ja, genau. Ja, Alex. Toll, toll. Ja, sorry, ich auch nicht. Musst allein fahren. Haha. Okay. Ihr müsst dann auf mich warten, okay? Ne, warte, aber ich hab hier so eine blaue Mission. Ne blaue? Hä? Ja. Dann startet ihr am besten die Mission, weil ich bin scheinbar drei Level über euch, wie ich dann das sehe. Ja, du bist einfach, einfach overpowered. Ja, ich bin fantastic. Ah ne, ein Level. Ich bin Level 3 und ihr ist Level 2. So. Wenn ihr mir folgt, dann hab ich was vielleicht. Ja, genau. Ich bin einfach... Kupcher kennt den Weg. Ja. Und wir versuchen einfach währenddessen so entertaining wie möglich, äh, die Stadt zu beschreiben. Ach, hier ist auch schön. Ja, du bist. Du bist. Ja, Mann. Kannst du vielleicht blinken oder sowas, damit ich weiß, wo du hinfährst? Wär das vielleicht möglich? Das wäre voll geil, wenn du blinken könntest. Ich find's auch voll geil, wenn du mit deinem Bus hier rumfahren könntest. Das wäre sehr lustig. So, äh, hier rechts fahren. Ähm, Moment, wo bist du denn da hingefahren? Seid hier, ich bin voll... Im Zaun. Im Zaun seid hier. Okay, ich komm auch. Weißt du was? Ich dachte, ich fahr scheiße, aber das ist geil. Der Alex, der toppt hat nochmal. Der ist jetzt sowas voll alt in den Zaun reingerast. Ich versuche halt immer mehr zu kommentieren, als zu spielen. Ach du, das ist doch gar nix, regt keinen Scheiß. Das ist eine brillante Ausrede, die ich auch immer wieder bringe. Die Leute glauben es bloß nicht. Ja, ich sag einfach direkt, ich bin scheiß, da kann mir da keiner vorwerfen, weißt du? So, hier hab ich eins. Schön durch den Zaun. Warte. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ja. Yeah. Was? Y open. Was muss ich denn jetzt hier drücken? Äh, annehmen halt. Wo steht ein Waiting for an... was? Wo bist du überhaupt? Weg. Ich kann dir... Fahrt ihr euch beide in den Challenger? Ich will niemanden einladen. Oh, jetzt hast du mich eingeladen. Okay, dann gehe ich da mit... Was ist das? So, jetzt passt doch alles. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Wir wussten genau wie es läuft. Läuft. Ist alles gut. Alles, alles wunderbar. Safari New York. Double Alex. Fårnt ihr beide dene, nene, 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 nene. кі Business authority.. Wir fahren beide den Challenger, ja? Das ist ja langweilig. So ich fahr den besser. Hahahahahaha、 fish vara fach aber heheheh. Ich frage mich gerade mal, wie ist das jetzt? Fahren wir da jetzt miteinander, gegeneinander, übereinander, untereinander? Das werden wir jetzt sehen. Los geht's. So. Ihr seid hinter mir. Wow, geil. Ich bin auf dem letzten Platz. Ich nicht. Das hat ja klasse funktioniert. Oh, gut. Hoppla. Das war lustig. Fuck. Ich kann mich zurücksetzen. Was? Sag mal, wo fahrt ihr denn hier hin? Was war das bitte? Ich bin da wegen dem Zaun gefahren und ich fliege hier quer durch die Stadt, ey. Scheiß drauf. Physik braucht keine Sau. Ich hasse Physik. Ich hasse Physik. Sag mal, bin ich falsch gefahren oder ihr? Ich glaube, du. Nee, du bist Erster. Wir verunsichern ihn einfach nur. Ganz toll. Wir müssen ihn verunsichern, damit wir vorgekommen. Ich habe gerade echt gedacht, er wäre falsch. Nee. Loll. So. Oh Mann, ey. Die Polizeihubschrauber hier im Einsatz. Juhu. Tschüss, die Lando. Ja, ja. Komm, ich hole dir noch einen. Ich habe eine kleine orangenen Kackkiste da. Ja. Kannst du vergessen. Wisst ihr, was gut ist? Dass ihr mir vorhin noch gesagt habt, wo die scheiß Handbremse ist. Jetzt weiß ich das wirklich. Fuck. Fuck. Ich überhole dich. Ihr müsst das bitte mal beschreiben, weil ich sehe nichts. Ich bin so weit vorne. Das tut mir leid. Ja, beide in dieselbe Stelle der Mauer reingerannt. Ich hänge im Zaun. Ja, gut. Scheiß'n Dreck. So, ich schleiche mich am Thirden vorbei. So, da vorne ist der Frenkel. Ey, Frenkel. Ey, Frenkel. Es ist so gut, wie du mich berührst. Fahr rückwärts. Frenkel, komm mal her hier. Zahnstein. Hey, ich bin letzter. Geil. Yeah. Oh, yeah, Baba. Gut, gut. So. Ich habe den Frenkel gleich. Freunde, ich habe ihn gleich. Ach, gar nichts. Es geht geradeaus. Da kann gar nichts schief gehen bei mir. Es geht geradeaus. Das kann sogar ich. Du Arsch! Aaaahhow Alter! Er hat mich in eine Scheiß-Karren in den Gegenverkehr gedacht! So fährt der, der Frenkel. Meine ganz blöde Frage. Warum hast du eine höhere Endgeschwindigkeit? Weil ich NOS benutze. Was? Das ist ein Sheen. Ach so. So Freunde, noch Fragen. Nein. Toll, hab ich schon verloren. Finish the race before the end of the time. Nein, 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 nein. Ich muss den anderen den Weg fahren. Verdammte Scheiße. Das ist eine schöne Einblendung. Das ist eine schöne Einblendung. Eine wunderschöne Einblendung hier. Waiting for other players. Oh yeah. Im letzten Moment hab ich dich noch gekriegt. Ihr Schlampen, ey. Weißt du, nur am Wegdrängeln und am Boxen und am... Ey, ich hab nur Bronze. Was ist das für eine Scheiße? Ja, schlecht gefahren. Das Spiel betrügt mich. Betrug. Oh, ich hab auch Bronze. Oh, Mülleimer. Gut. Bugs earned. Bugs earned. Keine Ahnung. Waiting for Grillmeister. Ach nein. Crewmaster. Ah. Was, ähm... Was geht jetzt weiter? Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich in den Free Mode zurückrollen. Und ich mach jetzt erstmal den Alex leiser. Ja. Mach mich mal leiser. So. Äh. I know you want me. You know I want Char. I know you want me. You know I want Char. Oha. Guck mal. Wo kommst du denn jetzt her? Hä? Wieso fahr ich? Ich bin doch gar nicht im Spiel gewesen. Ja. So. Do you want to send a friend request to Cavalier Pirat? No, no. No, my friend. I drink the shit. Decline. Do you want a friend request to Gust bla bla bla? No. No. Nein. Wir sind doch schon Freunde. Ja. No. Not, not, not yet. So. Vielleicht aber im Spiel. Such mal noch eine andere Mission. Komm. Mach mal was. Ja komm. Die orange Linie hier. Jetzt haben wir mal ganz ehrlich. Warum ist mein Mustang so langsam? Das geht doch mal. Weil ich fährt mal von der anderen Seite aufsatteln. Ja. Du bist einfach schon Stufe 3, ne? Wir haben halt einfach die stärksten Kanren genommen so am Anfang. Okay. Ihr seid Schweine. Der muss sein, ist ein bisschen schwach auf der Brust. So ne Sauerei. Aber viel geiler ist er. Aber du hättest auch den... Unglaublich. Nö, nö. Aber du hättest ja auch den nehmen können. Das hättet mal subjektiv. Am liebsten hätte ich einen VW Golf genommen. Weißt du, damit bin ich einfach am schnellsten. Aber bei Grid ist der Golf schon richtig geil bei Grid. Sag mal, wo rast ihr denn hin? Ich komm gar nicht hinterher. Ja. 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 Siehste mal. Nur mit Abdrängen kommst du weiter. Wo läuft das? Hier nicht an Verkehrsregeln halten. Nee. So wie Mächtenleben. Einfach drauf auf die Uschi. Ja. Ihr solltet mich mal Bus fahren sehen. Ja, heute sind ja Gott sei Dank keine Leute da, die nicht beschweren, wie du fährst. Ja. Das kommt aber. Außer du selber. Das kann... Nee, nee. Warte mal, du Geschwister. Wie wir fahren. Warum fährst du denn jetzt wieder zur goldenen Linie? Da war ja keine Ahnung. Ich hab doch gesagt, ich fahr jetzt einfach zur goldenen Linie. Ich weiß doch nicht, was ich hier mache. Ich fahr durch die Vorgärten. Ist mir wurscht jetzt. So, jetzt reicht's mir die Fahrgängende Wand. So, ich hab's Schnauze voll. Zack. So. Einem Wesen. Es kann es sein, dass ich vielleicht mein Auto erst reparieren muss oder so? Was willst du denn? Achso. Nee, das ist das online kaputt. Nee. Hä? Das ist ja der Scheiße. Es ist nur ein bisschen dreckig, hat ein paar Kratzer, aber sonst geht's dem gut. Jetzt bitte in kleinen Holland hier in irgendeinem Wohnwagenpark oder was das jetzt hier muss. Hier geht's wieder nicht, Tinendo. Wie jetzt? Hier hab ich immer noch nicht die Mission. Jaha, ich fahr weiß. Da kam mir einer entgegen. Ich guck jetzt ne neue. Nee, warte, guckt ihr ne neue. Sonst ist dann... Äh! Ja, ich guck ja schon. Ich fahr ja schon hin. Ich lad euch dann ein, wenn ich da bin. Ja, fahr, fahr mal. Ich fahr auch ein bisschen. Fahr mal. Ein bisschen rum im Kreis. Ein bisschen fahren. Ein bisschen racen. Ein bisschen in die... Ich bin irgendwie so sehr froh, dass ihr genauso wenig Plan habt wie ich. Das ist echt geil. Ja, das muss so sein. Das wär's ja langweilig. Habt ihr schon mal geschafft, ein Fußgänger zu überfahren? Jaaaaaa! Oh. Schade. Habt ihr schon mal geschafft, den Fußgänger zu überfahren? Nee, ich hab mir gerade voll die Stoßstaben weggefahren. Das macht nichts. Und ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich glaub, ich muss... Ja, du Fränkel. So, ich werd jetzt mal Cockpit-Perspektive fahren. Vielleicht sitzt das drin. Cock! Hey! Genau. Ich lach immer über den Cockwitz. Kann's nicht machen. Doch. Das ist meine Masche. Ähm... Das ist meine Masche. Ähm... Das ist meine Masche. Ähm... Terminales. Zieckern. Map. I'm a map, I'm a map. I'm a map , I'm a map, I'm a map. I'm a map, I'm a map, I'm a map, I'm a map. I'm a map, I'm a map, I'm a map. Hier blinkt irgendwie so viel. Wisst ihr, wo die scheiße, das scheiße Hauptgruppe hier ist? Ach, da! Ich hab einen Wegpunkt gesetzt. Los geh! Der sieht ihr halt noch nicht. Doch doch, ich hab schon. Aber ich glaub, ich reise da auf fast-travel. So, Repair... ich mache das alles noch old school wie in den guten alten zeiten übrigens habe ich bei mir in der wohnung einen frecklschrein errichtet weil der harald so sexy ist und ich gar nicht du leckst ein bisschen was ist da los machen wir die porno downloads aus das klein das klang gerade wie der mr roboto performance ist das jetzt besser vielleicht immer eine scheiße erst mal reparieren glaube ich auch scheiße mich überhaupt noch der typ meckert mich an weil weil ich noch nicht bei ihm erschienen bin hier was soll denn das ich erschien mich mir ein computer an fahr jetzt mal zur zur story mode quasi und dann lade ich euch ein und dann fahren wir das noch würde ich sagen mein internet internet aber jetzt höre ich wieder normal okay ich habe alles schon was geht ja das musst du erst mit level zwei spiel durch das was ich vorhin gefragt habe du musst es erst einkaufen und dann kannst du es überall das ist alles schon installiert ist ja ja genau blöde scheiße dumme kack was wollen wir denn jetzt hier im haku ja reparieren die pernach ihr repairer ne so was nicht einfach so gut was musst du zahlen beim reparieren ich habe 76 gezahlt wo steht denn da hatte ich nach ganz rechts bei neben performance workshop kitka progression